Was ist denn? Du, ich will gar nicht groß stören. Ich hab nur einen Brief in meinem Briefkasten gehabt. Vielleicht kannst du mir das erklären. Du wurdest geblitzt letzte Woche. Boah, keine Ahnung. Ich erinnere mich jetzt nicht, dass ich es mitbekommen habe. Aber ich würde schon sagen, ich bin mal ab und zu ein bisschen über dem Tempo. Was steht denn drin im Brief? Ja, was steht drauf? 102 kmh. Kann schon mal passieren. 80er Autobahn bestimmt und dann 102. Zu viel. 102 zu viel. Du bist 152 kmh? In der 50er gefahren. Okay, wie auch immer. Du Zippy. Wie du es so schön ja immer sagst. Du Zippy. Ja? Du kannst mir jetzt mal deine Zwei-Autoschlüssel in Frühling. Ich verkaufe deine Auto. Weil brauchst du nicht mehr Führerschein. Musst du eh abgeben. Und hier, was musst du zahlen? Über 2.000 Euro. 2.000 Euro? Ey, bitte warte mal ganz kurz. Können wir vielleicht nochmal darüber reden? Bitte. Das war nicht direkt mein Auto verkauft. Können wir nochmal drüber reden?